Heinz-Rudolf Kunze ist einer der bekanntesten und am meisten geschätzten Musiker Deutschlands mit einer abwechslungsreichen und beeindruckenden Karriere. Kunze wurde in eine Familie mit Wurzeln in der polnischen Gubenregion und in Berlin hineingeboren und entwickelte seine musikalischen und kulturellen Talente aus seinen familiären Wurzeln. Kunze erlebte im Laufe seines Lebens große Freude über Erfolg und Anerkennung im musikalischen Bereich. Er hat hunderte von Liedern veröffentlicht und kann auf eine beeindruckende Karriere als Musiker und Songschreiber zurückblicken. Dies bereitete nicht nur Kunze Freude, sondern diente auch Millionen seiner Fans auf der ganzen Welt als Inspiration. Allerdings verlief Kunzes Liebesleben nicht immer reibungslos. Obwohl nicht viel über sein Liebesleben bekannt ist, ist es möglich, dass die Beziehung wie jede andere Höhen und Tiefen und Herausforderungen durchgemacht hat. Seine Leidenschaft und sein Engagement für die Musik könnten ihm jedoch dabei geholfen haben, Schwierigkeiten in seinem Liebesleben zu überwinden. Auch die Familie Kunze war vor Tragödien und Herausforderungen nicht gefeit. Sein Vater war Offizier der Waffen-SS gewesen und die Familie erlebte in seinen jungen Jahren häufige Veränderungen und Migrationen. Doch durch den Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung überwanden sie alle Schwierigkeiten und wuchsen weiter. Die Strapazen und Wirrungen im Leben von Heinz-Rudolf Kunze waren nicht nur eine Quelle der Inspiration für Kreativität, sondern auch wertvolle Lektionen in Sachen Stärke und Willen. Trotz des möglicherweise traurigen Endes meistert Kunze sein Leben weiterhin mit Beharrlichkeit und Entschlossenheit. Heinz-Rudolf Kunze erlangte im Laufe seiner musikalischen Karriere große Erfolge und Ansehen. Mit hunderten veröffentlichten Liedern und vielen Musikpreisen hat er dazu beigetragen, das kulturelle Erbe Deutschlands zu bereichern. Allerdings verlief in Kunzes Leben nicht alles reibungslos. Eine Tragödie in Kunzes Leben kann als seine Familie angesehen werden. Sein Vater diente während des Zweiten Weltkriegs in der Waffen-SS, die zu den Streitkräften Nazi-Deutschlands gehörte. Die Kriegsteilnahme des Vaters könnte zu psychischen Belastungen und verborgenen Ecken in der Familie geführt haben. Über die Beziehung zwischen Kunze und seinem Vater liegen jedoch nur begrenzte Informationen vor, sodass unklar ist, ob sie diese Herausforderungen gemeinsam gemeistert haben. Darüber hinaus ist auch Kunze, wie viele andere Künstler, in seiner Karriere mit Druck und Misserfolg konfrontiert. Obwohl es große Erfolge gab, gab es auch Misserfolge und schwierige Zeiten. Doch mit Geduld und ständigem Einsatz meisterte Kunze alle Herausforderungen und führte seine Karriere mit Leidenschaft und Entschlossenheit weiter. Das Leben und die Karriere von Heinz-Rudolf Kunze ist eine Geschichte von Kampf und Ausdauer, von Schwierigkeiten und Misserfolgen, aber auch von Erfolgen und Freuden. Diese Herausforderungen mögen traurige Folgen haben, aber es waren diese Erfahrungen, die Kunze dabei halfen, in den Augen der Fans zum Helden zu werden und seine Position in der deutschen Musikindustrie zu behaupten. Im Leben und Schaffen von Heinz-Rudolf Kunze gab es viele unterschiedliche Ereignisse und Erfahrungen, die er durchlebte. Von durchschlagenden Erfolgen bis hin zu Misserfolgen und Herausforderungen war Kunzes Reise farbenfroh und vielschichtig. Eine der größten Freuden in Kunzes Karriere ist sicherlich, wenn er sowohl vom Publikum als auch von Fachleuten der Musikbranche Anerkennung und Wertschätzung erhält. Seinen Erfolg beweist er nicht nur durch den millionenfachen Verkauf seiner Alben, sondern auch durch den Erhalt zahlreicher Auszeichnungen und Ehrungen renommierter Musikorganisationen. Das ist für Kunze nicht nur eine Quelle des Stolzes, sondern auch ein Beweis für die Investition und Mühe, die er in seine Kunst gesteckt hat. Allerdings läuft nicht alles reibungslos. Wie jeder andere hat auch Kunze in seiner Karriere Herausforderungen und Rückschläge erlebt. Diese Momente können sie frustrieren und ihr Selbstvertrauen verlieren, aber sie sind auch Gelegenheiten für sie, zu lernen und zu wachsen. Auf emotionaler Ebene gibt es zwar nur wenige Informationen über Kunzes Privatleben, Es ist jedoch möglich, dass er auch mit Herausforderungen und Ereignissen in Liebe und persönlichen Beziehungen konfrontiert war. Es liegen jedoch nicht genügend Informationen vor, um klarer über dieses Problem zu sprechen. Die traurigsten Enden in Kunzes Karriere könnten die Zeiten sein, in denen er große Misserfolge erlebte oder in denen er großen Schwierigkeiten und Risiken in Leben und Karriere gegenüberstand. Allerdings könnten diese Herausforderungen ihm geholfen haben, stärker zu werden und seinen Charakter zu formen. Obwohl es keine konkreten Informationen über die traurigsten Enden seit Beginn der Karriere von Heinz-Rudolf Kunze gibt, ist es verständlich, dass auch er, wie jeder andere Künstler, in seinem Leben und seiner Karriere mit Misserfolgen und Hindernissen zu kämpfen hatte. Es können erfolglose Projekte, unbeachtete Ideen oder Zeiten sein, in denen es schwierig ist, eine Karriere aufrecht zu erhalten und in der Musikindustrie erfolgreich zu sein. Nehmen wir wieder eine Relation auf A und ich nehme nochmal so, dass da ergänzen Sie mal diese Relation, dass sie symmetrisch wird. Und zwar, so wenig wie möglich Elemente dazunehmen, dass sie... Jo, okay, dann beweisen wir mal ein paar Sachen zur Multiplikation. Und zwar fangen wir mal an mit... Für alle natürlichen Zahlen gilt n mal 1 gleich n. Also wenn ich n mit der 1 multipliziere, dann kommt wieder n raus. Wie kann man das machen? Man kann es vielleicht mal direkt versuchen. Man kann auch vollständige Induktionen probieren. Man wird aber feststellen, es geht auch direkt. Und zwar, direkter Beweis, wir fangen auf der einen Seite an und formen so lange um, bis wir rechts bei n rauskommen. Gut, wie können wir n mal 1 umformen? Naja, wir wissen, 1 ist der Nachfolger der 0. So war die 1 definiert. So, ne? Was haben wir da verwendet? Ich schreibe es jetzt hier mal irgendwie drunter. Da haben wir die Definition der 1 verwendet. Okay, n mal 0 Strich. n mal 1 ist gleich n mal 0 Strich. So. Jetzt müssen wir überlegen, was ist n mal 0 Strich? Wir haben hier die Multiplikation stehen. Und ja, da können wir versuchen, die Definition der Multiplikation anzuwenden. Und zwar Mult 2. Denn Mult 2 besagt ja, dass m mal der Nachfolger von n ist dasselbe wie m mal n plus m. Und in unserem Fall ist eben n mal der Nachfolger von 0 gleich n mal 0 plus n mit Mult 2. So. n mal 0 plus n. Ja, und jetzt wissen wir, auch nach Mult 1 ist n mal 0 gleich 0. Das ist also 0 plus n nach Mult 1. Jetzt sage ich es nochmal, n mal 0 ist gleich 0 nach Mult 1. So. Ja, und jetzt müssen wir nur noch zeigen, dass 0 plus n gleich n ist. Und auch das ist der Fall. Das haben wir mal separat bewiesen. Das war, haben wir glaube ich genannt, 0.